Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Korschenbräuch. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 160 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 2000 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020